Da sind wir jetzt in unserem Bergspaar-Bereich angekommen. Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Gäste auch eine schöne Kosmetiklinie im Haus anbieten können. Unser Partner ist die Nikolai vom Weingut Nikolaihof in der Wachau. Das ist eine biodynamische Naturkosmetik und wird in Österreich produziert. Wir haben von der Gesichtscreme über das Traubenkern-Intensivserum alles im Haus. Der Renner im Winter zum Beispiel ist das Busserl aus der Wachau. Das ist eine Lippenpflege und das ist wirklich eine ganz tolle Kosmetiklinie, die zu dem Arno nach dem Demeter-Prinzip hergestellt wird. Und das sind einfach Sachen, die uns gefallen, die wir sehr schätzen, wo man auch regional gut zusammenarbeiten kann und wird von unseren Gästen auch sehr gut angenommen.